So, also wundern Sie sich nicht, liebe Zuschauer, wenn ich jetzt hier alleine irgendwie rumstehe und was macht denn der Eltern da? Ja, unsere beiden, Frederik Lau und Martin, Materia, die sind gerade aufs Klo gegangen. Ich muss eigentlich auch, aber das wäre ganz doof. Ich kann aber natürlich mal hier zum Krawallblock gehen und mal fragen. So, wie sieht's hier aus? Stimmung ist gut auf jeden Fall. Stimmung ist gut, läuft alles, läuft nach Plan. Hast du eine Ahnung, was jetzt gleich auf die beiden zukommt? Nee, aber du wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, ja, das wäre gut, wenn ich das weiß. Ihr feuert ja richtig schön an, ich muss ein bisschen hin und wieder tatsächlich aufpassen, dass ihr nicht zu viel Lärm macht. Aber seid ihr natürlich im Moment zufrieden erstmal. Wie gesagt, alles läuft nach Plan, sonst wäre es ja langweilig. Das stimmt, erstmal langsam anfangen und am Ende hinaus die großen Punkte machen. Das stimmt.